Perkix WWE 25 Jahre Raw Wir melden uns zurück mit einer speziellen Review zu Raw 25 heute Wir reden nicht nur über die Jubiläums-Show von letzter Nacht Sondern auch über die Geschichte der Sendung Und über unsere Lieblingsmomente bei dieser Raw Review Raw Reviews gibt es ja schon lange nicht mehr Raw vs. Smackdown Review ist ja so das Format Aber wir haben es mal wieder ausgegraben Denn hier wurde auch einiges sonstiges ausgegraben Legenden, die am Start waren und so weiter Eine Nostalgie-Show, auf die sich mein Kollege tatsächlich gefreut hat Ich hoffe, dass er nicht enttäuscht wurde an diesem Abend Hallo Edeljobber Hey, yo, Meister zusammen zu dieser Raw-Video Mal was ganz Neues Ein Wort, was ich ja nicht aussprechen kann Aber, naja, immerhin Ähm, ja, 25 Jahre Raw schon auf dem Programm Ich hab mich wirklich auf die Show gefreut Jetzt nicht, dass ich gehypt war oder so halt Aber ich hab mir gedacht, okay, komm Ist mal was anderes Ist mal eine besondere Show, ähnlich wie Raw 1000 Und, ähm, einfach in der Bubble quasi genießen Naja, ob ich dann viel zu genießen hatte Darauf kommen wir gleich zu sprechen Ich bin sehr gespannt Die Historie von Raw ist ja Überhaupt nicht mit dem zu vergleichen Was man heute so sieht Beziehungsweise ist das ja eine Entwicklung gewesen Über diese 25 Jahre Die, die ganz, ganz krass ist Und die hat am 11. Januar 1993 Vor 25 Jahren angefangen Aber eben genau damit, dass man Ja, eine Show gezeigt hat Die eine Stunde lang war Statt drei Stunden Die sich auch vom Inhalt her Von Raw 2018 So was von unterschieden hat Weil eben große Matches der Topstars im TV Super selten waren Zu sehen gab's eben stattdessen Irrelevante Matches Squash Matches und so weiter Einfach um Rester aufzubauen Titel Matches waren dann eine Seltenheit Und all das Das ist so ein bisschen verloren gegangen Beziehungsweise Es hat sich entwickelt Es wurde anders Und Ja Jetzt haben wir das Was wir heute sehen Mit Titel Matches Und Titel wechseln Bei TV Shows Das ist also schon Eine krasse Entwicklung Die da Kam Kam Über diese 25 Jahre Das krasseste An der ganzen Sache Finde ich eigentlich Dass es einem bewusst macht Wie alt man doch Mittlerweile geworden ist Denn Als vor 25 Jahren Die erste Raw Episode Ausgestrahlt worden ist Hat der Jobber Schon Wrestling geguckt Das wurde mir gestern Noch mal bewusst Und dann hab ich gedacht so Wow Du bist echt ein alter Mann Der alte Mann Der Klassiker Hatte ich Also ich glaube Diese Raw Ausgabe Die war ja auch Für alte Männer Gemacht Die war ja für Genauso Leute wie dich Die das schon ewig verfolgen Und von daher Gönner Modus Ich bin sehr gespannt Wie du das fandest Es gab ja Tatsächlich Diese Show In zwei Arenen Beziehungsweise Aus zwei Arenen Wurde das Ganze ausgestrahlt Aus dem Manhattan Center Dem ersten Heimaustragungsort Von Raw quasi In der Geschichte Der sehr sehr ikonisch Auch aussieht Und dem Barclays Center Beides also in New York Vorzuhalten Ich möchte das jetzt Gar nicht kritisieren Weil das ist halt so Ich hab mir vorvor schon gesagt Come on Die Show ist Eine eigene Blase Das hat jetzt Natürlich schon mit Den laufenden Story Schon irgendwas zu tun Aber über die eine oder andere Sache Sollte man heute An diesem Abend hin Wechseln Das hat mich jetzt auch Jetzt war Mir ist es aufgefallen Ich hab auch gedacht Sie wirkt ein bisschen komisch Soll mich jetzt aber Nicht so groß stören Hab ich ehrlich gesagt Gedacht Und ja zum Thema Barclays Center Manhattan Center Also erstmal muss ich sagen Was ultra cool aussah Was wirklich Wie die erste Ausgabe Von Raw war So ein bisschen Daran erinnert hat Wäre perfekt gewesen Um das zu starten Aber Da gab es ja generell Nicht so viel zu sehen Im Manhattan Center Dazu dann Auch später mehr Aber die Leute Sind da richtig Geraged sogar Im Endeffekt Weil da halt Wirklich Wenig Zu sehen war Für ganz ganz viel Ticketgeld Aber Shane und Stephanie Die haben eben Im Barclays Center Raw eröffnet Die sind super stolz Sagen sie Super stolz Auf ihren Vater Und sie holen Vince McMahon raus Wollen ihm Eine Holzplatte Überreichen So eine Auszeichnung Quasi Vince Kommt dann raus Und guckt sich das an Und sagt so Okay Das ist ja schon Ziemlich billig Aber wir sind ja auch In Brooklyn Von daher passt das ja Zieht richtig Über die Fans her Ganz ganz großartig Bis dann Tatsächlich Der Held der Fans Rauskommt Und zwar Steve Austin Und Vince weiß dann Natürlich genau Okay Auf was wird das Jetzt hinauslaufen Er wird mir wieder Ein Stunner verpassen wollen Nimm bitte Shane Der ist in seiner Prime Der ist körperlich Völlig okay Ich bin Rentner Aber Im Endeffekt Läuft es dann Darauf hinaus Dass Steve Austin Shane zweimal Stunt Aber auch Vince Nachdem er mit ihm Ja Und Bier Dosen quasi Angestoßen hat Das war schon Ein sehr sehr cooles Segment Muss man sagen Fand Yoda Übrigens auch Fand Yoda Auch Sehr sehr gut Ich persönlich Muss ich sagen Hat mir auch gut gefallen Schöner Open Wie gesagt Ich hätte es in Manhattan Center Da hätte es wahrscheinlich Noch geiler gewirkt Ähm Das war eine Perfektes Beispiel Dafür Dass es Vince Auch heute noch kann Und weiß wie man Heat aufbaut Ich meine das hat einfach Grandios gemacht Als er diese Schöne Mahagoni Holzplatte Überreich bekommt Zu Ehren Und er sich da Richtig drüber aufregt Und er drüber herzieht Grandios So muss es sein Um Heat aufzubauen Und dann kommt halt Stone Cold raus Und die Rollen sind Perfekt verteilt Und ja Es läuft natürlich Auf den Nostalgie Faktor Hinaus Und wir sehen Unsere drei Stunner Aber ich meine Wie Vince es dann Verpackt hat hier Von wegen hier Können wir doch Shane Und so Das war einfach Das war unterhaltsam Das war cool Das kann man machen Passte zu diesem Abend Perfekt rein Ähm War jetzt natürlich Nicht die kreativste Höchstleistung Allerdings Wahrscheinlich die kreativste Höchstleistung Diesem Abend Zu sehen gab Und zumindest Zu diesem Zeitpunkt War ich noch recht gut gestimmt So ich denke so Ach komm Das kann ja echt lustig Werden der heutige Abend Naja Leider war sie schon Einer der Ich muss fast sagen Höhepunkte der Show Ja Also ich würde sagen Das war auf jeden Fall Ein Höhepunkt Ähm Mit Stone Cold's Divorce Und sowas Das war auch von allen Beteiligten Wirklich ganz großartig gemacht Allen voran Natürlich Vince McMahon Ich feier das einfach Der Typ hat das drauf Und ähm Der ist natürlich Was das angeht Auch ein großartiger Performer Selbst Das also Im Ja Barclays Center Was abging Dann gab es da aber Erstmal Um runter zu kommen Quasi nach dem Segment Nur Ganz normales Tag Team Match So von den Mädels Sascha Banks Bayley Asuka Und Mickie James Treten an gegen Alicia Fox Naja Jax Mandy Rose Und Sonja Der will Ziemlich irrelevant Pagen wieder nur am Und nicht im Ring Und Sascha Banks Holt den Sieg Asuka Haut danach ihr Team weg Das war quasi so Das Follow up Auf das Steve Austin Vince Segment Wo dann auf einmal wieder Das ist unsere Frauendivision Beim Wumble genauso Und das war das einzig sinnvolle und gute an diesem ganzen Segment Genau Und darauf lief es auch hinaus Das Match an sich muss man sich nicht angucken Eine große Rückkehr wurde aber angekündigt Und mit der ging es dann direkt weiter Man war also dann wieder so ein bisschen gepackt Denn der große Undertaker Sollte zurückkehren Und das nicht im Barclays Sondern im Manhattan Center Im uralten Nostalgie-Austragungsort Er kommt rausgelaufen Ohne Lichteffekte Nur zu seinem Barriereende WrestleMania 34 Let's do it Im Endeffekt Hat er ja wirklich Nur so Eine klassische Undertaker-Promo Nur mit besonders wenig Inhalt Hier jetzt Delivert Ja ich meine Das war ja quasi dein großer Moment Ich meine Du bist ja hier der große Undertaker-Mark Und Hast dich bestimmt auf diesen Auftritt sehr sehr gefreut Ich habe mich auch auf den Auftritt gefreut Weil ich natürlich auch gedacht habe So okay Was wird The Undertaker denn zu sagen haben Ja und das war wirklich dann ziemlich enttäuschend Ich meine Erstmal ihn dort in Manhattan Center rauskommen zu sehen Das war echt cool Naja Nostalgie-Faktor hin oder her Die Perücke hätte man sich vielleicht sparen können Das fand ich dann doch eher relativ lächerlich Wenn man weiß wie der Andertaker aussieht Und auf einmal gucken dort Einen halben Meter Haare aus seiner Kapuze raus Und ich dachte Wo kommen die denn her Die sind aber nicht echt Nein Das war doch keine Perücke Nein Bestimmt nicht Natürlich war das eine Perücke Nein Natürlich Junge Junge Hast du gesehen Hast du den das letzte Mal gesehen mit Haaren Der hat vielleicht wieder längere Haare Ja aber doch nicht so ein Haar Also Naja was ein Jahr so machen kann Ich bin fest von überzeugt Das war eine Perücke Das war keine Perücke Björnster Lass den armen Menschen Natürlich Natürlich Auch wenn das für dich traurig klingt Aber Nein Der unsterbliche Kindheitsheld Der unsterbliche Kindheitsheld von dir Trägt eine Perücke Nein Zerstöre nicht meine Illusion Von mir aus nennen es auch Extension Das ist mir egal Das ist besser ja Okay Ja aber die Aussagen Die dann kamen Waren natürlich Mau bis gar nichts sagend Und Dann ist er auch wieder von dannen gezogen Ohne Ja wirklich was gesagt zu haben Die Promo war wirklich Ich hab mich ja fast an eine Boy White Promo erinnert Ja Also Bla 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 Ohne wirklichen Inhalt Äh Und ähm Das war schon irgendwie Tiemlich enttäuschend Also wenn das jetzt das In Anführungszeichen Letzte Was wir jetzt erstmal Gesehen haben Vom Undertaker Ähm War Dann Weiß ich nicht Also Ich meine für WrestleMania hat man ja prinzipiell erstmal ja nichts aufgebaut Oder Ja auf WrestleMania gab es gar keinen Hinweis irgendwie Sondern das war einfach nur für die Nostalgie Ähm Eine Promo mit wenig Inhalt Aber eben der Auftritt des Undertakers mit dem man gut werben konnte und sowas Aber Inhaltlich Gab da Gab es da gar nichts Und das ist halt schon Ähm Weniger als ich erwartet hatte Und das hat mich ein bisschen gewundert Tatsächlich deswegen Also Bis zu diesem Zeitpunkt war ich dann halt auch fest überzeugen Na gut ich meine Ist halt die erste Stunde und so noch ne Ich meine Sind ja alle in Manhattan hier Kennt ja noch Kusgrober Fahrt zur großen Halle Damit sie ihn auch dort zu sehen bekommen Und dann wird es dort noch irgendwas passieren Ja Spoiler Passierte nicht Passierte gar nicht Und von daher Ja weiß nicht Vielleicht hat man das auch so Ein bisschen zu sehr vorgeahnt Als Fan Und hat sich gedacht Okay Äh Da wird jetzt sicherlich was passieren Dass die WWE dann gesagt hat Okay Dann machen wir hier jetzt nur Nostalgie Und bringen das wann anders Denn ich glaube schon Dass der Undertaker Dieses Jahr bei Wrestlemania Match bestreitet Hoffe ich auch Weil ich Live am Start sein werde Ähm Ähm Der fand auch überzeugt Dass wir ihn wahrscheinlich Nochmal bei Wrestlemania zu sehen bekommen Allerdings hätte ich dann auch gestern schon erwartet Auf jeden Fall Hier hat man halt wirklich gar keine Andeutungen gemacht Und Bisch auf alle Männer die Raw Rushing Finale auf die Matte 1-2-3 der Titel wechseln und The Miz Ist der neue Intercontinental Champion Überall auf Twitter Lese ich jetzt Roman Reigns gewinnt doch den Royal Rumble Roman Reigns gewinnt doch den Royal Rumble Ist das der Hinweis darauf Okay man nimmt Reigns den Titel ab Jetzt steht er Gegen 30 Männer oben Also ich will es wirklich nicht hoffen Dass das der Hinweis dafür war Ähm Auf jeden Fall Ich muss sagen Für mich war es Mit das Highlight der Show Ähm Übrigens Ich möchte ja nicht sagen Dass ich es prediktet habe Dass er ein bisschen Titel zurückgewinnt Aber Äh Ich hab's prediktet Ähm Und ich find's auch gut Wie man's gemacht hat Und äh Bin jetzt Nicht so wie viele andere Leute Der Meinung und so Das hat jetzt Roman Reigns Total krass geschadet Und sowas Denn es war ja immerhin Kein ganz cleanes Finish Schließlich musste halt Roman Reigns Den Ähm Nackten Turnbuckle quasi schlucken Und dann konnte sie Schlucken Schlucken Richtig tief nehmen Und ähm Danach konnte Nach dem zweiten Ähm Finisher dann halt Sie bis Hier Reigns Pinnen Mich hat's sehr gefreut Weil ähm Miss ist einfach awesome So wie Miss sich die Letzten drei Wochen Präsentiert hat Und dieses Match Nochmal gehypt hat Sich den Titel Und Reigns Over gebracht hat Und gesagt hat Dass er derjenige ist Dass das sein Titel ist Das kam einfach so gut rüber Und deswegen hab ich auch fest dran geglaubt Und das hat man einfach Cool präsentiert Also das ist Ich hab da eigentlich Gar nichts groß zu meckern Natürlich Äh Kann man jetzt sagen So Oh ist es vielleicht gut Dass Reigns nochmal Äh Auf die Tour Richtung WrestleMania Wo er das große Messerlchen Lesnar haben wird Und so nochmal Verlieren zu lassen Und so Aber da es ja nicht clean war Und so Find ich das vollkommen okay Mir war eigentlich schon klar Den Titel Das ist mein Titel Und er holt ihn sich dann auch zurück Großartig Und Das hat den Titel Alles nicht geschadet Ich mein auch Roman Reigns Hat diesen Titel Wirklich ja auch gut getan Ich mein das bringt ja auch Prestige Muss man einfach mal so sagen Das ist es nämlich Also The Miz Kommt zurück Und der erste Fokus Den er hat Ist nicht irgendwie Ähm Keine Ahnung Er will jetzt in den Royal Rumble Sondern sein erster Titel Sein erster Fokus ist sein Titel Den er wieder zurück haben will Dass der so fokussiert wurde Dass ein Großer Champion Wie Roman Reigns Den gehalten hat Ähm Das sorgt natürlich Alles dafür Dass Ähm Der Gürtel nochmal an Prestige Auf jeden Fall zunimmt Und Ja IC Titel Mit dem macht man sehr sehr viel richtig Aktuell Und The Miz Ist natürlich auch Als Champion Immer sehr sehr gut gesetzt Was diesen Titel angeht Und von daher Konnte man so machen War richtig cool umgesetzt Und auch das Match War doch nice oder? Ja Echt Kann ich nicht schlagen Ich mein The Miz Match Das sind jetzt keine Viereinhalb Sterne Klassiker Ja Und Roman Reigns Ist vielleicht auch nicht Derjenige Der jetzt The Miz damit komplett durchzieht Aber so Es hat aber alles gepasst Vom Work Wie sie es Wie Miss auch Sein Here Work Talk Präsentiert hat Und so Das ist natürlich immer grandios Und alles gut War wirklich gut Ich hab mich sehr gefreut Nach dem Titelwechsel Und Es kann Miss Grandios werden Mit diesem Gürtel Auf Tour gehen Und Die Leute ärgern Ganz genau Ist nicht derjenige Der suckt Du suckst You suck Bis darauf hinaus Laufen Dass Champions Piep Show Ich muss sagen Da gefällt mir Miss TV Eindeutig besser Ähm Aber prinzipiell Kann man Muss Kann man machen Muss man vielleicht sogar machen An so einem Abend Und Jason Jordan Hier natürlich perfekt Wieder hier gezogen Ich mein Eigentlich Macht ja Jason Jordan Wenn man ihn so Bucken möchte Und in diese Richtung Bucken möchte Und mittlerweile ist das Ziemlich eindeutig Dass die WWE sich auch drauf einlässt Hier ist es richtig Weil auch bei ARG Tut er uns Und das soll er Das soll er ja auch Ja Und das Segment War auch genau so Geschrieben Also das war auch Genau darauf aus Dass die Leute Jason Jordan Auspuhlen sollen Ja ich mein Die WWE hat das nicht Von Anfang an vorgehabt Aber immerhin Geht sie drauf ein Bleibt ihr auch nichts anderes Übrigens Wenn Jason Solche Reaktionen zieht Ja Und ich denke Man nimmt das halt einfach Und Ja Runnt damit quasi Und Schaut halt Okay Wo geht das hin Wo entwickeln sich Die Reaktionen hin Aktuell ist halt Jason Jordan Auch vom Charakter her Genau dahin passend Ist auch selbst halt Einfach so Von der Person Ein bisschen nervig Der Rookie Der versucht sich zu beweisen Aber der halt Einfach total Übereifrig ist Und nervig wirkt Also Da hab ich kein Problem mit Und von daher Sollt ihr den schön Weiter ausbohlen Das passt da ganz gut rein So Es ging zurück in den Manhattan Center Matt Hardy trat an Gegen Bray Wyatt Und da bin ich jetzt Sehr gespannt drauf Woken gegen Äh Den Eater of Worlds Das Match war richtig Eigenartig irgendwie Ein ganz komischer Match Plus Und auf einmal Geht halt einfach Der Sister Abigail durch Und Bray Wyatt Pinnt Matt Hardy durch 1,2,3 Easy going Einen Titel Äh Was hier Zum Glück nicht Aber Einfach eine Niederlage Für den neuen Woken Hardy Damit hab ich nicht so gerechnet Hab ich tatsächlich Überrascht Ja also Was war das denn bitte Also Erstmal Warum War dieses Match Jetzt im Manhattan Center Unbedingt Das hat Dort ja überhaupt Nicht reingepasst Weil die Personen ja auch Nicht reingepasst haben Ich mein auch Matt Hardy hat Vorher glaube ich nie In Manhattan Center Gewesselt Ja also Was soll das denn bitte Wie was soll das denn bitte Ich wusste ganz genau Bevor du zu deiner Antwort ansetzt Dass du jetzt sagst Also Was soll das denn bitte Ja ist ja auch so Was war das denn bitte Für ein Bullshit Ich mein Und dann haben wir halt Jetzt dieses Ich mein Boy White gegen Matt Hardy Wird jetzt Relativ lange In Anführungszeichen Aufgebaut Ja Und Matt Hardy Die ist neu Mit seinem Gimmick Ist neu Und wird hier Ja mehr oder weniger Weckgesquashed Ich mein Da reicht ein einfacher Sister Abigail Und 1 2 3 Boy White gewinnt hier Einfach ganz easy Nach 5 Minuten Matchzeit Kann ich nicht nachvollziehen Was das Ganze soll Sollte das jetzt quasi Schon der Höhepunkt Der Fede sein Mehr oder weniger Oder Der epische Sieg Der epische Sieg Ja Nach Nach diesem Aufbau Aber das kannst du Davon nicht sein Und dann kannst du ja Matt Hardy auch direkt Jetzt wieder eigentlich Eigentlich direkt wieder Eigentlich begraben gehen Weil ich mein Boy White ist ja jetzt Auch nicht Vom Standing her Ein So Rock Weißte Dass man sagen kann Okay Das tut aber so In der Lage nicht weh Weißte Die tut enorm weh Diese tun enorm weh Ja natürlich Also es ist Von mir aus Kannst du mal Hart direkt wieder Beerdigen gehen Dann kann man eigentlich Nur hoffen Dass Boy White Das System So hart Ausgeführt worden ist Dass Der erwachte Wieder eingeschlafen ist Es ist ja Also ich Check's auch nicht so richtig Da baut man das auf Und dann Dann bringt man das Bei einer relativ großen Raw Ausgabe Klar Aber In einem richtig Kleinen Rahmen Irgendwie Hab ich das Gefühl Gehabt Das kam ja nicht groß rüber Und dann Gibt's einfach Ein cleanes Ende Und Ich weiß nicht Nächste Woche Ich weiß nicht Es hängt halt sehr viel Davon ab Was man nächste Woche macht Aber wenn man nächste Woche Dann entweder den Spieß umdreht Und sagt Okay 50-50 Jetzt gewinnt man hier Matt Hardy Und dann gibt's das Match Beim Pay-Per-View Ist das halt der größte Schwachsinn einfach Da muss man denke ich Auch noch ein bisschen abwarten Aber so was man da jetzt Präsentiert Das ist schon Total verwirrend Einfach Bin ich schlau draus geworden Was will man denn daraus Jetzt noch Gescheites machen Wie du gesagt hast Wenn man jetzt Das Ganze einfach umdreht Und daraus Ein 50-50 Booking macht Das hilft Gar keine von beiden weiter Weil dann sehen sie einfach Beide deppert aus Die Sich quasi gegenseitig Wegjobben Ja Von Jobber zum Jobber quasi Andere Alternative Ist ja nur noch Okay Du kannst jetzt Matt Hardy Nur noch Versuchen lassen Jetzt irgendwie unfair Unfair versuchen lassen Die Zügel an sich zu reißen Und so Einen Vorteil Gegenüber Boy White Zu kriegen Was ihn jetzt aber auch Nicht besonders stark Aussehen lässt Und ich auch nicht glaube Dass dieses Matt Hardy Gimmick Dieses Woken Gimmick In einer kompletten Hierrichtung überhaupt Funktionieren könnte Und dementsprechend Zu Woken Hardy Das war der Start Re-Learnsch Das hat mir echt gut gefallen Und dass er dann Und dass er den Lowblow auspackt Sollen Genau das ist es nämlich Also Elias hat hier sehr profitiert Und auch die ganzen Leute Die sagen Oh und John Cena Bringt ja niemanden over Die können sich jetzt hier mal wieder Mal wieder Von den ganzen Beispielen Einmal was in ihr Notizbuch eintragen Oder ein Post-It schreiben Den sich auf die Stirn kleben Mit Hier Ich habe Unrecht gehabt Weil Das war halt mal wieder Ein Beispiel von Okay Elias kriegt seinen Schein Neues Talent Bekommt sein Spotlight Dadurch dass John Cena eben sagt Okay Hier Ich Leg mich mal kurz hin Und lass dich triumphieren So Ganz genau Du sagst aber schon was Das war ja nicht Immer so Den ganzen Abend über Im Manhattan Center Ging es nämlich weiter mit DX D-Generation X Reunited sich HBK Triple H X-Pack Und auch die New Age Outlaws Waren am Start Alle hier um Raw 25 zu feiern Dein Favorite sogar Razor Ramon Wie konnte ich den vergessen Too Sweet Das Zeichen hat er gemacht Der Better Club Hat sich da Wie man den vergessen kann Ich kann es dir sagen Indem man den Entrance zeigt Und dann in die Werbung schaltet War der größte Wage Moment Meines Abends gestern Ich habe mich den ganzen Abend Auf Razor Ramon gefreut Und dann kommt der Bad Guy Da raus Und dann machen die Was machen die im Entrance Werbung Was soll das denn Ich habe gedacht Die wollen mich trollen Ich habe gedacht Hier sitzt jemand Der hat gerade meine Seitung hier angezappt Und tut es genau In diesem Moment Extra Werbung einschalten Nur um mich zu ärgern Also ohne Mist Also Ich Also Da hat nicht viel gefehlt Dass in dem Moment Irgendwie Irgendwas in meiner Wohnung Geflogen wäre Eskalation Ich habe mich Ich habe nur gesagt Come on Lass Razor einfach rauskommen Irgendwo Ja Und lass ihm bitte Gib dem Mann Eine Minute Zeit Dass er wenigstens Eine halbe Minute lang Darüber nachdenken kann Bevor er sein Hey yo raushaut Ja Stattdessen Was haben wir bekommen Ein 5 Sekunden Entrance Der durch Werbung Unterbrochen worden ist Und dann stand der Mann Im Ring Hey yo Und das war es Fickt euch WWE Ernsthaft Ihr habt es nicht verstanden Der Favorite Von Björn So In seinen Augen Gewastet Also ich Ja Dachte mir Ist voll okay Was man da macht War wohl Für den Björnster Nicht voll okay Was man da gemacht hat Ähm Aber gut So Hört sich das dann an Wenn der Björnster Damit nicht einverstanden ist Es ist ja auch völlig okay Ähm Too Sweet War auf jeden Fall So das Ding Was dann den Bärler Club Rausgerufen hat Und es gab das Match The Revival Gegen Gellows Und Anderson Warum gab es denn Dieses Match überhaupt Erklär es mir Da stehen 10 Legenden im Ring Okay Vielleicht war es auch nur 8 Oder so Ich habe jetzt nicht mitgezählt Ja Die das Too Sweet machen Dann kommt The Revival raus Und Ohne irgendwas Ja Ohne dass es jetzt da Irgend ein Segment gab Oder irgendwas Ja dann gehen die einfach Die anderen Legenden raus Und ja macht mal ein Match Untereinander Was war das denn Warum Wie kam es dazu Wer hat das angesetzt Hätte Tüppel endlich einfach Das Mikrofon nehmen können Und sagen können Okay was Wenn ihr schon hier seid Machen wir ein Match Oder irgendwas Und halt einfach Okay wir gehen aus dem Ring raus Und prügelt euch mal Ein offizielles Match Da war auf einmal ein Ringrichter Wo kam der her Ja was war das denn Ob da irgendwie ein Segment gefehlt hätte Was das einfach aufgebaut hat Es sind ungeklärte Rätsel Björnster Tut mir leid Ich kann dir das leider auch nicht beantworten Das hat dich aber wohl Sehr In Mitleidenschaft gezogen Und vor allem Hat es deine Psychische Verfassung wohl Etwas in Mitleidenschaft gezogen Es hat dich sehr sehr aufgeregt Und dann werden die weggesquasht Dann werden die weggesquasht Ganz genau Vom Jobber Club Höchstpersönlich Von deinen besten Freunden Luke und Karl Richtig Eigentlich müsste ich mich Ja mal freuen Über meine Freunde halt so Ja aber Naja ich weiß ja auch Dass ich sonst gegen Van Dango und Co Verlieren war Es ist so Was soll das denn Bitte Also ich meine Ich hab ja Ich hab das auch Viel viel schlimmer befürchtet Ja ich hab Vor diesem Abend Auch durch den Zuschauer Und so Der gesagt hat immer so Ist doch klar wie es laufen wird Ich meine Survival haben letzte Woche angekündigt Dass sie das Oldschool Tag Team sind Und sowas halt Die werden bestimmt von Von LPA irgendwie Zersquasht und so Und das hab ich schon echt befürchtet Und dementsprechend war es ja Immerhin schon Nicht ganz so schlimm Dass sie nicht von LPA Zersquasht worden sind Aber Von The Club Die haben so viel Relevanz Wie Mein rechter Hodensack Von dem wurden die verprügelt Innerhalb von drei Minuten Du hast zwei Du hast eine rechten und eine linken Hoden sagt nicht Aber Hoden aber Ähm Ne Also Sorry Geht's gar nicht Und damit hat man Survival auch nicht Overgebracht Indem man sie gegen Die ganzen Also in das Segment reingebuckt hat Prinzipiell schon Aber nicht Indem sie dann Weggesquasht werden Vom Vom Baylor Club Also wirklich Das war traurig Das war der Traurigste Punkt Des ganzen Abends Entschuldigung Wir haben das Endsegment noch Der zweitraurigste Punkt Des ganzen Abends Oha Fail Okay Da möchte ich auch gar nicht mehr So viel hinzufügen Weil Das ist alles Was ich dazu sagen wollte Das ist Äh Ja Sehr sehr unvorteilhaft gewesen Und Das Arme The Revival Tag Team Die wurden hier ganz schön Ähm Weggehauen Ja Und wurden danach auch noch verprügelt Wie du es gesagt hast Das war wohl nicht der beste Abend Für die beiden Ja und dann war es das Das auch Und muss man mal kurz sagen Für die Leute Im Manhattan Center Was haben sie zu sehen bekommen Boy White gegen Matt Hardy Match Fünf Minuten Die haben Anathaker Drei Sätze reden hören Die absolut nix Sagend waren Und sie hatten Ein 2 of 5 Dark Match Grandioser Abend Im Manhattan Center Würde ich sagen Und dann muss ich mal sagen Finde ich hier Äh Das Posting von Herrn Daniel Witt Unseren WWE Edelfan Ja Der immer im Bayern Trikot In der ersten Reihe sitzt Sehr gut Der hat nämlich einfach geschrieben Puh Gut Dann ich mir 850 Dollar Gespart habe Ganz genau Das ist es nämlich Wie wollte ich gerade fragen Ja weißt du Wie viel die Karten kosten Also er hat geschrieben 850 Dollar Hätte er bezahlen müssen Für die erste Reihe Genau Aber Die Karten waren allgemein Sehr teuer Auch in den Oberrängen Und sowas Ich meine Für das Feeling Und für die Halle selbst Ist das Und für die ganze Nostalgie Auf Für den ganzen Aufzug Den man da gemacht hat Ist das schon Cool und so Aber Der Inhalt der Show War halt niemals Die Ticketpreise wert Der Ja die Konsequenz Die jetzt Daraus folgt Ist halt Das In Manhattan Tun wir jetzt einfach Alle wegschmeißen Und protestieren Hier einfach Und sagen immer WWE habt es noch Nicht mal alle Oder Also wenn da Ein Aufwand in der Halle passiert Ich hätte mich Jetzt nicht Quasi gewundert Also Hätte die WWE Die jetzt ja auch nicht Darüber wundern müssen Weil das war Die reine Grundidee Ins Manhattan Center zu gehen Wo man die erste Woche aus der Episode ausgestrahlt hat Und so Natürlich super Gerade zum Geburtstag Und sowas Aber entweder Hast du halt die Eier Und sagst Sag mal komm Ich scheiß einmal Auf den großen Payday Und auf die Ein paar verkauften Tickets Und gehe halt Nur ins Manhattan Center Und mach die ganze Show dort Oder man muss sich Wirklich ein gutes Konzept überlegen Aber die Leute So abzufertigen Ich meine Im Endeffekt Waren doch jetzt Eigentlich alle Traurig oder Die Leute im Manhattan Center Waren traurig Obwohl sie Ander Taker gesehen Haben ja Und nur so eine Scheiße präsentiert Bekommen haben ja Und sowas Irrelevantes Auch vom Taker halt Und die 15.000 Leute Im Barclay Center Die waren traurig Dass sie nicht gesehen haben Also Glücklich ist da noch Keiner rausgegangen Am Abend Ja Also Es ist halt auch Jetzt noch so Dass die Leute Die im Manhattan Center Waren Halt wirklich Ihr Geld zurück wollen Das ist halt so krass Weil Ähm Die Show Wirklich so Einseitig war Ich meine Im Endeffekt Waren das so Eine halbe Stunde Die die da gesehen haben Aber die saßen da Drei Stunden rum Und das ist halt krass Und das kann man Eigentlich so nicht bringen Jim Ross und Jerry Lawler Sind auch währenddessen Eingeschlafen Tatsächlich Am Kommentator Tornpult Ja geiles Bild Sneeda und Pennen Einfach Ist das Ihr seht das Bild Ich hab auch andere Bilder Gesehen wo sie dann Gezeigt haben Was denn so da Im Ähm In Manhattan Center Los war Als halt dann Ist da nix los war Ja Und dann siehst du halt Wirklich alle Leute Total gelangweilt Gucken halt die auf Ihr Smartphone Hat nichts zu tun Also das ist ja echt Das kann man auch nicht Machen WWE Das kann man echt Nicht machen 25 Jahre Die uns Entertainment Weiß Wollen uns Wollen sich jetzt Großes Millionen Unternehmen Äh Millionen Entertainment Unternehmen Hinter hinstellen Ja Die dafür da sind Leute zu unterhalten Und dann Tust du Leute Zweiteinhalb Stunden Lang Da sitzen lassen Und langweilen lassen Was stimmt bei dir nicht Ernsthaft Also das ist selten Und da kann ich die Leute Auch verstehen Dass die da Stinksauer sind Aber im Endeffekt Muss man ja sagen Ich mein Wir sind es doch selber schuld Wir sind die Dummen Die Jede Woche Ist wieder Einschalten Und gucken Und gucken Oder die Dummen Die dann Und sich Tickets kaufen Für die Shows Und die Hallen füllen Und so Eigentlich Eigentlich so traurig Wie das klingt Aber das ist halt So ein Problem Weil wenn man so eine Leidenschaft hat Wie jetzt zum Beispiel Wrestling Ich mein die WWE Ist halt nun mal Das größte Produkt Was wir haben Und das präsenteste Produkt Und sowas halt Und wenn man halt 25 Jahre lang WWE schaut Dann hört man damit Auch nicht einfach mal So kurz Einfach mal Einfach auf Weil man ist Da mit dem Herzen Dabei halt so Ja aber prinzipiell Muss man ganz klar sagen Eigentlich jeder der das schaut Der hat echt Der hat einfach Echt eine Klatsche Ja das ist uns aber Schon länger bewusst Oder Ja aber es wird immer Schlimmer Es gab die Dudley Boys Zu sehen Titus Worldwide Trat an Gegen Heath, Zater Und Rhino Der Referee Hat irgendwie da Die Kontrolle 25 Jahre Wow 25 Jahre Historie Und die bringen uns Titus und Neil Fassbar Und Der Referee hat heute Wieder ganz besonders Viel Spaß Wie ihr seht Der Referee hat die Kontrolle Verloren über das Was im Ring passiert Bis die Dudley Boys Einfach gesagt haben Jo wir holen mal hier Mal ein bisschen auf One Two Three Get the tables Und dann ja Ging es halt Ab der klassische Dudley Boys Spot War das für dich schön Die auch hier wieder mal zu sehen Ja kann man machen Zwei Minuten Ja siehste Hab ich dir trotzdem Wieder was positives Wir sind lockt Leute genau dafür bin ich da Björns hat das War doch echt cool Gemacht oder Das war okay ja Da möchte ich gar nicht Darüber meckern Das war zu erwarten Das war inzwischen Keine kreative Höchstleistung Oder so halt Aber das Publikum Hat mitgezogen Die wollten das auch sehen Und Sowas war der Abend Ja gedacht Über den Abend hinweg Auch immer wieder lustige Backstage Segmente Mit Legenden Wo sie rumgepokert haben Und sowas Björns ist ja auch Großer Poker Fan Auch das hat dich Hoffentlich unterhalten Mich hat es nämlich unterhalten Aber Heath Slater hat noch Kipps Und alles verloren Der Arme Ja Million Dollar Man Grandios Grandios Der muss halt Nicht nur im Ring Sondern auch Tatsächlich Beim Pokern Jobben Ja Ja Aber Million Dollar Man War ja auch dabei gewesen So Grandios Wie er sich da wieder verkauft hat Also Das hat Spaß gemacht zu sehen Allerdings muss ich sagen War es auch mindestens Einmal Einmal Ein Segment zu viel Also War ja irgendwie Drei oder vier Mal Oder so Haben sie ja dahin geblendet Das hätte auch einmal gereicht In Anführungszeichen Ich glaube halt Das verhasste Aufbausegment Für den Universal Champion Titel Und das Universal Champion Titel Match Am Sonntag Das Endsegment Von Raw Björnster Puh Du bist heute Nicht nur einmal Ausgerastet Aber ich glaube Es passiert gleich wieder Der ganze Kader Wurde rausgeholt An den Ring gebracht Um die Monster Zu kontrollieren Kurt Angle War dafür verantwortlich Er holt Kane raus Er holt Braun Strowman raus Und Heyman kommt auf die Stage Gelaufen Sagt Let's go Mein Klient Brock Lesnar Ist hier Um zu kämpfen Und Lesnar Kommt raus Schreit rum Brawlt mit Strowman Braun Strowman Kriegt er erst So ein bisschen Aufs Maul Nimmt sich dann aber Brock Lesnar Haut den durch Den Tisch durch Und steht bei Raw 25 Oben Das so grob Was passiert ist Björnster Ich nehme mir Jetzt mein Taschentuch Nehme mein Glas Wasser Nehme mich zurück Schnäuze mich Versuche meine Stimme Wieder zu rehabilitieren Du hast das Wort Ich weiß gar nicht Wo ich anfangen soll Also Ich meine Du hast das jetzt Gerade so schön beschrieben Das klingt ja fast Wie eine normale Go-Home-Show Aber du hast ja auch So ein paar Kleine Details Rausgelassen Ja Also erstmal Wir haben Um den Ring Das halbe Was da versammelt Inklusive dem Boogieman Die dafür sorgen sollen Dass es da anscheinend Nicht eskaliert Oder so halt Ja Oder warum waren die Eigentlich da Warum waren die da Die haben doch gar nichts Gemacht oder Die haben doch nicht einmal Irgendwie versucht Die Leute auseinanderzuhalten Oder irgendwas Nichts Die haben einfach Die sind einfach Wieder abgehauen Die sind einfach wieder gegangen Warum Wollte man einfach nur Schauzeit füllen Indem man sie rausbringt Oder Also was sollte das denn Überhaupt Ja Und dann Das war so geil Die kommen da raus Das einzig Gute An diesem ganzen Segment War halt wirklich Wie Paul Hammond rauskommt Brock Lesnar gehypt hat Und gesagt hat Er ist hier um zu zerficken Und Reingeht Das war das einzig Gute Aber Dann geht Brock Lesnar In den Ring Haut einfach mal so Kane einfach weg Einfach so Huch Stimmt Da war ja noch ein dritter Gegner Kane einfach so Puff F5 Sache erledigt Ja Kane der allergrößte Jobber Schlechthin Hier von wegen Wir fucking Big Red Machine Und so Wo ist denn das Eine große Big Red Machine Das ist einfach Lächerlich Der Kerl ist einfach Ein Witz Und Witz Und einfach Weggesquasht Ja Und Braun Strowman Macht dann auch Aber auch Brock Lesnar Innerhalb von ein paar Sekunden fertig Und gibt den Running Power Slam Durch den Tisch Und Feierabendende Das war's Die Leute die rumrum Standen Waren gar nicht mehr da Aufgeblendet Nächste Woche War War Wambler Freut mich Das Zwei Set Match Ja Hype Was war das denn Das war das Schlechteste Hype Segment Auf einen Triple Threat Match Was ich jemals Gesehen habe Das war einfach nur Das war einfach nur Schlimm Also ich weiß überhaupt nicht Was das sollte Und Das war Das war Den Abend nicht würdig Das war das Match Nicht würdig Das war den drei Wrestlern nicht würdig Und im Endeffekt Sagen sie alle Na gut Braun Strowman sah nicht Schlecht aus halt Am Ende ja Aber ich meine Das waren Zehn Sekunden Und dann war die Sache Vorbei Man hat ja anscheinend Auch keine Zeit mehr Für dieses Segment gehabt Oder so Ich weiß es nicht Ob sie nicht Noch mal zwei Minuten Länger überziehen dürfen Oder so Das wird aber alles so Oh ganz schnell Ganz ganz schnell Abgehakt Sache erledigt What What the fuck Also was War das eine Kacke Also ernsthaft Erklär mir bitte Was das sollte What the shit Ist Kane jetzt Ist Kane für dich Irgendwie relevant In diesem Match Also irgendeine Relevanz Ich meine Uns war doch vorher schon klar Dass er quasi Zum Pin einstecken da ist Alles das den Publikum Noch nicht so verkauft Aber das hat man ja quasi Genau so dargestellt Dass das der größte Jobber Schlecht hin wäre Was für Vollidioten Oh shit Leute Ich habe mich hier gerade festgehalten Aber die Schallwellen sind trotzdem Haben mich wirklich durch mein Zimmer gefegt hier gerade Es ist unglaublich Ähm Ich sag mal so In dem Segment lief einiges so Gar nicht So wie es hätte laufen sollen Es war viel zu wenig Zeit da Ich glaube es war Geplant Dass man wieder so einen klassischen Brawl bringt Und zwar Dass eben diese drei Kontrahenten Aufeinander springen Und sich immer gegenseitig zerfetzen Und dann aber Immer wieder Das Roster dazwischen geht Und die separiert Aber das hätte mehr Zeit gebraucht Von daher hat man Dem Roster wahrscheinlich vorher gesagt Okay wir haben keine Showzeit mehr Ihr sollt eigentlich separieren Aber ihr gebt euch dann einfach Irgendwie verängstigt Und geht dann wieder Backstage Außerdem Boogieman Dein Flug geht ja eh gleich Du packst dann schon mal deinen Koffer Und machst dich fertig Ich meine Du musst ja dann gleich abfliegen Genauso Alle anderen Legenden Die haben sich dann Also wahnsinnig In Aufbruchsstimmung Ähm Ja Seamus und Cesaro Mussten eh dann direkt Ihr Karre für Ride Along Packen und sowas Also die waren alle beschäftigt Also alle schon wieder Backstage Und dann hat man halt einfach Diesen Brawl noch durchgezogen Mit Braun Strowman und Brock Lesnar Und das so schnell wie möglich So fix wie möglich Alles abgehakt Das hat schon sehr sehr komisch gewirkt Das stimmt schon Ja das war wirklich Das war gar nichts Also das war einfach nur traurig Und als die Aufblendung kam Von War Als die so Wie sie halt immer So wegblenden Hab ich einfach nur gedacht Das kann doch nicht sein Die haben doch irgendwas vergessen Das kann doch nicht ernsthaft Das Ende gewesen sein Der großen 25 Jahre Show Also das war Also das war Also ich meine Ich war ja eh schon enttäuscht Wie die Show verlaufen ist Ja und was uns da präsentiert worden ist Aber Dann Die große Storyline Und dieses große Match Was man für den Royal Wumble Quasi noch Nebenden Wumble Match hat So zu präsentieren Ist halt einfach wirklich Einfach nur traurig Und eigentlich eine Frechheit Naja es ist halt auch Nicht so leicht Für die Producer selbst So eine Show Wo man eben Aus zwei Veranstaltungsorten Wirklich sendet Und mit so vielen Backstage Segmenten Und so weiter Das dann so zu kalkulieren Dass es wirklich Zeitlich aufgeht Aber du wirst es nicht glauben Aber die hatten 25 Jahre lang Zeit Das zu planen Und ich erwarte Von Vollprofis Von Producern Dass die in der Lage sind Eine Show Minuten genau Zu planen Ja Hat jetzt halt Nicht so geklappt Björnster Ich meine Es hat ja trotzdem geklappt Aber darunter Hat halt das Segment gelitten Ja die verdienen damit ihr Geld Okay Wie war denn Raw 25 So für dich Also im Nachhinein Muss ich es einfach sagen Einfach eine pure Enttäuschung Also ich war wirklich Ich habe mich wirklich Darauf gefreut Ich habe mich auch Auf den Nostalgiefaktor gefreut Ich habe auch echt gesagt Ich will mich darauf einlassen Und Es sind immer so Sachen Wie beim Eröffnungsselement Wie gesagt So ein Shane Es hat mich gar nicht gestört Ich habe gesagt Come on Ist alles okay Und das war ja auch noch Gut gemacht hat so Aber dann ist der Abend Einfach sowas Von abgefallen Und Man hat 25 Jahre Historie Man hat Man hat So viele Allstars Da Und Man hat Whiter dort Die dafür Bezahlt werden Kreativ Eine Schau Auf die Beine Zu stellen Aber das was man dort Gemacht hat War wirklich Ja Das 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 Nötigste In Anführungszeichen Aber das war halt Echt nicht gut Und Man hat so viel Potenzial Verschwendet Man hat Ich meine Dass natürlich weniger Fokus auf die aktuellen Sachen so liegen Ist ja gar keine Frage Aber warum Wenn man so viele Allstars da hat Und sowas hat Warum nutzt man nicht Die Chance Außer jetzt im Fall Alia Samson Da mal versuchen Ein paar Leute Over zu bringen Stattdessen wird ja genau Das Gegenteil gemacht Sondern Die aktuellen Leute Werden halt mal wieder Dargestellt wie die letzten Deppen Gesetze Survival Und Ja das war halt einfach Alles gar nichts Und das war halt wirklich Am Ende muss ich wirklich Sagen halt Ja noch schlechter Als die normale Wochenschau Muss man einfach Das sagen Wahrscheinlich wäre Eine normale Wochenschau halt Nicht so abgefallen Und Ich meine Sowas fehlt uns halt Nicht allzu Aufgeboten Und eigentlich sollte man Sich auf solche Abende freuen Und Wenn man das jetzt mit War 1000 zum Beispiel Vergleicht Wo man da so viel Richtig gemacht hat War das hier einfach halt Das war halt wirklich nix Und Naja Der Höhepunkt Ich hab ja eigentlich gehofft Dass einfach Vince rauskommt Und sagt Boah 25 Jahre Guck mal Was ich hier aufgebaut War so geil Aber jetzt dreh dich ab Haben wir leider auch nicht erlebt Ja und damit War die ganze Abend Für ne Katz Also Björnster Es ist ja schon ein bisschen Traurig Dich da Über Raw 25 Reden zu hören Ne Letzte Woche noch Ja ich freue mich Da drauf Auch vor zwei Wochen schon Ja das wird bestimmt Eine coole Show Und ich bin da schon gehypt drauf Und ich dachte mir Okay Da ist endlich wieder Lebensfreude Der Jobber freut sich Auf die Nostalgie Show Und dann Findet das ganze statt Und ich guck das ganze Und es gab natürlich auch Sachen Wie zum Beispiel Ähm Die Niederlage von The Revival Die mich gestört hat Auf jeden Fall Und allgemein so Showpunkte wo ich mir dachte Okay strange Aber dann so über die Show Herzuziehen Und zu sagen Oh es war alles so grausam Das ist doch einfach nur Traurig für dich selbst Und dein Leben Edeljobber Wenn ich an dieser Show Mehr Spaß habe Als du Und zwar viel mehr Spaß Obwohl diese Show Für Menschen wie dich Gemacht ist Die ist genau für so Nostalgiker wie dich Gemacht die das schon länger Gucken Und ich hatte daran Mehr Spaß als du Nee ich bin halt Ich so ein So ein Marc Der erst seit anderthalb Jahren Wrestling guckt Und sich über sowas Noch freuen kann Okay Na dann haben wir das Das war jetzt doch nicht ernsthaft Oder Also das war doch jetzt Für dich nicht ernsthaft Eine halbwegs akzeptable Show Oder War das das Was du dir erwartet hattest Von dieser Show Von dieser großen 25 Jahre Überlebensshow Das Schöne ist Dass ich mir nicht viel erwartet habe Sondern einfach dachte Okay das wird So eine Nostalgieshow Eine klassische WWE Nostalgieshow Und das war es ja auch Im Endeffekt War jetzt keine super Gute Show oder so War einfach Standard würde ich sagen War genau das Was ich erwartet habe Außer im Taker Segment Vielleicht Ähm Aber so vom Großen Und Ganzen Hab ich einfach So ein Nostalgieding Erwartet So ein klassisches Nostalgieding von WWE Und genau das war es Aber so ein riesiges Nostalgieding War es doch gar nicht Wo waren denn die Kreativen Nostalgischen Momente Wo hat man die denn Sinnvoll irgendwo eingebaut Um Vielleicht Also Steve Austin Das Segment war schon klasse Um mit anderen Leuten Aktuellen Leuten Da mit zu arbeiten Oder so Gar nichts Ja Steve Austin Das waren die ersten 10 Minuten Von einer Drei Stunden Show Das war die erste Viertel Stunde Das war das Anfangssegment Und Das ist dann Schon Ein elementarer Showpunkt Auf jeden Fall Ich bin mal gespannt Ich meine Wir haben ja Zuhörer Die können ja auch gerne Ihre Meinung dazu äußern Und mal sagen Wie sie die Show fanden Ich bin da echt Sehr sehr Gespannt drauf So Björnster Dann haben wir Raw 25 Da sehe ich auch einfach alles so negativ Ja ist einfach so Ich bin ja auch ein verbitterter alter Mann Das ist Deswegen bin ich zu Björn gekommen Und hab gesagt Hey lass mal eine Special Raw Review machen Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht Aber jetzt für Raw 25 wieder Und Ich würde gerne danach noch über unsere 5 Lieblingsmomente aus der Raw Geschichte reden Bei dir werden die ein bisschen älter vielleicht sein Bei mir ein bisschen frischer Eben auch auf unser Wrestling Fan Dasein angepasst Hast du deine Liste angefertigt? Ja es ist keine richtige Liste Ich hab mir ein paar Punkte aufgeschrieben Vor allem über einen Punkt Den mir als erstes quasi in den Kopf gekommen War ich dann doch irgendwie sehr überrascht Als andere sind halt Sachen Naja die kennt man natürlich Aus der Mann in the Raw Geschichte Und haben wir zum Beispiel auch gestern Ja auch ein paar Mal präsentiert bekommen Hast du eigentlich die Pre-Show gesehen gehabt? Du Raw Ey sogar ich hab mir die diesmal gegeben Ja Und dann fragst du mich Warum du so ein Opfer bist Und warum du dir das alles scheiße findest Dein Leben Ja Ist ja gut Ja sag mal was auf Platz 5 bei dir ist Oder was du dir so Aufgeschrieben hast Ähm Also ich mein Wir können natürlich jetzt hier Songkursiv aussehen Mit seinen sämtlichen One-Ins Ob Bier-Trag Ob 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 Eishockey Maschine Oder wie auch immer Halt quasi alles aufzählen Wir können natürlich jetzt hier Cashins aufzählen Und wir können Returns aufzählen Aber ich möchte eigentlich Einen Moment Herausheben Den keiner auf dem Gedanken hat Glaube ich Also ich glaube Den diesen Punkt hat Keiner auf dem Zettel Was für mich Auch was doch gar nicht so lange her ist Ich glaube erst Zwei Jahre Drei Jahre Oder so halt Aber trotzdem Keiner wahrscheinlich auf dem Zettel haben Auch du wirst es nicht auf dem Zettel haben Obwohl du ja wahrscheinlich Nur neue Punkte drauf hast Aber Was für mich Wrestling ausmacht Sind solche Momente Wie es Ein Heel-Turn war Von einem diversen Mark Henry Den wir ja auch gestern zu sehen bekommen haben Aber kannst du dich noch an das Mark Henry An den Heel-Turn erinnern Gegen John Cena Als er Quasi bekannt gegeben hat Dass er seine Karriere retired Und bla und blub Und dann doch alles nur fake war Und Weiß nicht War es ein Low-Blow Ich glaube es war ein Low-Blow John Cena verpasst Und ihn dann abfertigt Das war gut Das war super Davon mehr Und Das ist mir heute noch In meinem Köpfchen drin Ein Mark Henry Soll ich dir was sagen Das hab ich auch auf meiner Liste Echt Du es glaubst oder nicht Ganz genau Das kann ich ja kaum glauben Also das ist ja unfassbar Ich hab das für den einzigen Depp Mark Henry Ich fand das großartig Das war halt so Von An Einem Segment Da hat man ja viele Ansprüche Aber im Endeffekt Eine Sache muss halt passieren Dass ein Segment Wirklich großartig ist Und zwar muss es dich Emotional abholen Und Das dann auf so eine Art Und Weise zu schaffen So großartig inszeniert Geschauspielert Vor allem mit diesen Gerüchten auch Die wirklich realistisch waren So von wegen Okay Mike Henry Tritt jetzt zurück Ich mein Jetzt gibt's ja Die gibt's ja immer noch Die Gerüchte Und man könnte das auch heute Noch genauso durchziehen Das Segment Das würde genauso funktionieren Ähm Letzte Woche hatten wir die Headline Henry Henry tritt wahrscheinlich Zurück auf Spotfight Ich mein Das ist immer noch Ein aktuelles Thema Und das war's halt auch 2013 Als dann Henry Äh Gesagt hat Okay ich retire 2013 war das Ja Fünf Jahre ist das her Alter ich hab gedacht Das wäre jetzt zwei Jahre her Oder so Wow Boah wie alt bin ich denn schon Dieser Schluss Also aber vor fünf Jahren Vor fünf Jahren Haben wir nicht sogar In dieser Vivi hier drüber Darüber gesprochen Habe ich das echt damals noch Mit Talk of Order Besprochen gehabt Und so Habe ich das komplett falsch In Erinnerung Ich mein Vor fünf Jahren Da warst du ja Alter da warst du ja zwölf Vor fünf Jahren Da war ich zwölf ja Nein also Aber das war schon Fünf Jahre schon Wow Ne vor fünf Jahren War ich nicht zwölf Junge Da war ich 14 Ja Das ist ja gut Boah ich hab grad selbst gerechnet Ich bin ja auch nicht der beste Kopfrechner muss man sagen Hattest du eigentlich schon Damals Wrestling geguckt Ich hab damals schon Wrestling geguckt Ob du das glaubst oder nicht Deswegen fand ich das auch so großartig Und dann hast du dir schön Die Talk of Honor Review Reingehört von mir und Manu Oder Ganz genau Hype Großartig Ne das war so Ey Also deswegen Ich fand das ja auch so krass Einfach Weil ich dieses Segment So zu 100% gekauft hab Ja ich auch Wie viele andere Richtig Ich auch Ich wurde da auch Die ersten Momente gewirkt Und das kam so out of nowhere Und das war einfach gut Das war Mit einer Der besseren Turns Die ich so Gesehen habe Okay Ein weiterer Moment Den ich Sehr großartig fand War der Cash in von Dorf Ziggler Nach Wrestlemania 29 Ähm Der Money Mr. Money in the Bank Der dann Der Rio quasi den Titel Abnimmt Ähm Das war schon Das war schon Sehr sehr Stark Stark Das war großartig Und Das hat eine coole Fede eingeleitet Das hat aber vor allem Für Ungefassbare Reaktionen Gesorgt Deswegen fand ich das Sehr sehr beeindruckend Und Ziggler als World Champ War halt einfach cool Ich war damals riesiger Ziggler Fan Ähm Und hab den sehr Befürwortet Und von daher Großartiges Segment Beziehungsweise Großartige Umsetzung davon Ja mit Ziggler Hat man halt so oft Große Sachen gemacht Ne Ich brauche Du an das Survivor Series Match erinnern Sowas halt Aber so richtig Umgesetzt hat man es Dann leider nie Hast du denn jetzt Noch Hoffnung Dass man es diesmal Richtig umsetzt Ich meine aktuell Hat man ja wieder Ein kleines Story Um Dorfziggler Laufen Wann kommt der denn Zurück Boah Ich glaube im Rumble Wird das sein Ähm Aber ich glaube kaum Dass das eine kreative Offenbarung sein würde Und ich glaube Irgendwann sitzt du In der Review Und wirst darüber reden Und wirst sagen Okay Was ist das Eigentlich Für ein Bullshit Genauso Wirst du das sagen Also ich bin mir da Ziemlich sicher Aber Ich muss auch sagen Ich glaube nicht Dass du schon mal Wambit zurückkommst Wär viel zu früh Was ist denn dein Nächster Moment So richtige Momente Ich hab gesagt Ich hab jetzt noch hier Returns und Cashions Draufstehen Du die wahrscheinlich Aber auch wahrscheinlich Alle mehr oder weniger Draufstehen hast Wahrscheinlich Ja Moment ist so Die Überkategorie Du kannst auch Matches sagen Deine Highlights Meine Highlights Aus der Raw Geschichte Ja Von mir aus gerne Der erste Titelgewinn Von Mick Foley Dank Beihilfe von Stone Cold Steve Austin Der damals The Rock Mit dem Stuhl Über den Kopf gehauen hatte Und ja Und dann dieses entsetzte Gesicht Einfach wie es Vince Hat schon damals Immer gemacht hat So das ist ja wirklich Also Vince ist ja wirklich Muss man sagen Also als reiner Worker Ja ich meine Wir kritisieren ja Vince immer so oft Halt so heutzutage ja Aber als reiner Worker Eigentlich Ich hab ein Gefühl In jedem meiner Momente Kommt quasi Vince McMahon Rind vor Weil dieser Typ Es einfach auch Drauf hat Es so geil zu spielen Und Ähm Auch hier wieder Äh Der erste Titelgewinn Von Mick Foley Danke Von Stone Cold Steve Austin Das war schon ganz nett Ganz nett Ja das war großartig War Einer der Heftigsten Feelgood Moments Der Wrestling Geschichte Würde ich sagen Ähm Der Underdog Der gewinnt Der Außenseiter Den die Fans geliebt haben Aber Den das Management Nie so geliebt hat Der dann Seinen großen Moment hatte Also das ist auch Geschichtlich Und Und auch Vom Storytelling her Großartig gewesen Auf jeden Fall Und auch ein Moment Den man sich unbedingt Nochmal angucken muss Allein wegen der Aktionen Und sowas Das ist Einfach nur heftig Ähm Was mich sehr beeindruckt hat War Du ich Weißt du Ich bin ja Riesiger Riesigen Rrrr Ich kann auch gar nicht mehr reden heute Ich hab kurz meine Zunge Knoten So Riesiger Undertaker Fan Du wolltest du sagen Ich bin Riesiger Undertaker Fan Das kam ja heute schon Wie riesig bist du denn? 1,98 Junge Gewalte Gewalte Power Fast Ja das ist ein großer Undertaker Fan Wollte ich sagen Jetzt lass mich Ja Auf jeden Fall Ja aber ich meine der hatte ja einige Momente Welchen Ja jetzt komm schon Ich will doch gerade reden Du machst dir alles kaputt Du machst meinen Podcast kaputt Nie Glück Als Triple H und Undertaker sich gegenüberstanden 2010 Im Februar Was wir im Mania Logo geblickt haben Ganz genau Was für ein Moment Das fand ich damals richtig cool Der Return vom Undertaker Der immer wieder angekündigt wurde Immer wieder aufgebaut wurde Und sowas Und dann kommt der da raus Und Triple H kommt raus Und Beide gucken nur so aufs Wrestlemania 27 Logo Nachdem sie sich Selbst so Mit einem Staredown Angeguckt haben Ohne Worte Wird dieses Match aufgebaut Das fand ich schon großartig Muss ich sagen Ja das war auch gut War auch damals Also ich meine Diese Blicke von Undertaker Auf das beste Mania Logo Mit seinen Gegnern Das ist ja quasi So ein Standardsegment Was man kennt Aber es war natürlich schon damals Richtig schön Big Time Feeling Und hat es natürlich auch Dementsprechend gehypt So wie es sein sollte Ganz genau Björnster Dein nächstes Highlight Dann nehme ich auch was Was gar nicht so lange her ist In Anführungszeichen Und uns aktuell sogar In der Storyline Mehr oder weniger Wieder immer so Wieder mit beschäftigt Und zwar Der damalige Split Von The Shield Und die Attacke Von Seth Rollins Auf Dean Ambrose Ebenfalls hier mit Stuhlschlag Ich mag Stühle kann das sein Ich mag Stühle Ich mag Stühle Magst du auch Stühlers? Ich mag Tanzen Ich mag Tanzen Ich mag Züge Aber ich meine Damals The Shield Das war halt wirklich Ich meine Die größte Nummer Die man zu diesem Zeitpunkt Einfach hatte Und dieser Split Der war Natürlich hat sich das Alles angedeutet gehabt Aber das war schon Extrem gut Und Wadens dort damals Zum Authority Guide Zu machen War auch nicht Die schlechteste Entscheidung Und Ja Wenn man darauf zurückblickt Denke ich gerne ran zurück Ähm Das war heftig auch Also das hat mich auch Richtig gekriegt Ich hab das jetzt nicht In meiner Liste Begegnungen Ähm Wie hast du denn da reagiert Dass Äh Dieses Stable Auf einmal aufgelöst wird Und auf so eine Art Und Weise Saßt du schockiert In deinem Sessel Hast Yoda die Äh Augen Vors Gesicht gehalten Vor Vor seine kleinen Äuglein Dass er nicht Das Grausame sieht Was Seth Rollins Da gerade tut Ganz so schlimm War es nicht Aber ähm Ich mein ich hab ja The Sheet auch immer gefeiert Und äh Trotzdem bin ich der Meinung Halt dass So einen richtig großen Stable Natürlich auch immer So wie Trennung Und Wiederversöhnung Und sowas Da gehört ja alles dazu Und Storys müssen Weitererzählt werden Und damals hat Einfach The Sheet Alles mehr oder weniger Zerstört Und ähm Die Hauptstorys mit The Sheet Und Dreier Fäden Waren auserzählt Von daher war das Einfach der richtige Konsequenz Schritt Zu sagen Come on Wir tun hier Äh Neuen Weg Äh Neuen Weg Quasi Ähm Eingehen Und tun jetzt Diese drei Leute Die wir Als Dreierstabli So groß Aufgebaut haben Jetzt alle Einzelnen quasi Groß Pushen Und Ich mein Wer hätte denn damals Zum Beispiel Zum damaligen Zeitpunkt Hätte wahrscheinlich Keiner groß gedacht Dass Es Woman Wayne sein wird Derjenige Der am erfolgreichsten Von den dreien Wird oder Zumindest was das Was die Reinen Booking und Titelentscheidungen Für ihn angehen Ja Also das Ist sehr interessant Das auch Jetzt nochmal aus der aktuellen Perspektive zu sehen Und war auch ein Großartiger Moment Auf jeden Fall Ähm Ja Das war sehr sehr cool Umgesetzt Ähm Ich würde Ein Segment Jetzt nennen Was Noch sehr In Erinnerung ist Einfach weil es Letztes Jahr stattfand Ähm Und noch nicht mal Ein Jahr alt ist Das Festival Of Friendship Segment Fand ich Sehr Sehr Krass Fand ich auch Sehr sehr cool Umgesetzt Einfach weil Kevin Owens Und Chris Jericho Allgemein in ihrer Zeit Als Tag Team Und als TV Buddies Quasi So gut harmoniert haben Und auch in diesem Segment dann Das alles nochmal Rausgeholt haben Alles nochmal Reingepackt haben Chris Jericho Der gesagt hat Hey Mein Best Buddy Und sowas Ich hab dir Geschenke mitgebracht Und sowas Und dann Kevin Owens Einfach nur Dieses richtige Arschloch Der dann den Turn durchzieht Das war Großartig Hatte ich Hab ich richtig Gefeiert Muss ich sagen Ja Kann ich auch Nur zustimmen Finde ich gut Platz 2 Auch wenn es Gar nicht so lange Her ist Ist so ne Ja Auf Platz 2 Ist es Kein einziger Punkt Ich hab eben Schon mal Von Returns Gesprochen Wähle von mir aus Einen von Zehn Epischen Momenten Als an Chris Jericho Zurück gekommen ist Und einfach die Halle Ausrasten Das sind immer Schöne Momente Ich mein Chris Jericho Ist halt öfters Leider mal nicht da Und hat Des öfteren Schon seine Returns Gefeiert Und da gab es So einige Schöne an die Die man sich Da zurückerinnern kann Und wenn Einfach das Licht Ausgeht Und die Y2J Musik kommt Und die Halle Explodiert Ist dann aber schön Und Chris Jericho Ist ja glaube ich In den 25 Jahren Wahrscheinlich 50 mal returned Das ist Ja Eine realistische Zahl Unter anderem Auch gestern Nacht Ja Ja gut Das war jetzt aber Kein Ehe Also das war ja Jetzt nur Hätte aber auch Krass gezogen Also ich Der war ja nur Backstage Zu sehen Und Da gab es ja schon Riesige Reaktionen Aber hätte man den Einfach so als Break the walls down Wieder rausgebracht Irgendwie Statt der Peepshow Dann dieses Highlight Reels Egent Ey das wäre so Abgegangen Auch zuschauer Technisch Heftige Sache Mein Platz 1 CM Punk's Pipebomb Ich wette das hast du Auch auf deiner Liste Ja Ist das unser Platz Ja ich hab ja nicht Ich muss ja sagen Ich hab ja gerade eben schon gesagt Ich hab's nicht nach Reihenfolge sortiert Sondern ich hab mir einfach Nur von Punkten rausgesucht Und ähm Ja CM Punk ist auch das Was ich noch hier draufstehen habe Ich mein als er sich einfach Damals auf diese Auf den Auf den Entrance gesetzt hat Ja Und dort einfach losgelegt hat Und Es gibt ja immer noch Einige Leute da draußen Die glauben das war quasi Komplett nicht abgesprochen Mit der WWE Den Zahn muss ich ziehen Ja Aber Wie man's umgesetzt hat Und wie man ihn Reden lassen hat Sensationell Und an die Leute Die immer noch glauben Dass das Einfach quasi Ein großer Plan Von CM Punk war Und das einfach Von der WWE Überhaupt nicht abgesprochen war Und so Ja mal Jungs Es gibt sowas wie Eine Mikrofon-Mute-Taste Und es gibt Werbeeinblendung Und so weiter Das hätten die niemals So lange durchgezogen Oder durchziehen lassen Ja Also Das war sehr sehr Cool inszeniert Das hat auch real gewirkt Aber im Endeffekt War es ja so Dass die im Punk gesagt Bekommen hat Okay Du gehst jetzt da raus Und redest dir ein bisschen Was von der Seele Ähm Aber Es war natürlich auch Vorgegeben Und es war auch In einem Rahmen gehalten Der genau so Geplant war Das sind uns Yoda hat es auch gefeiert Also Yoda sowieso Yoda hat auch Einen guten Geschmack Wie man hier immer wieder In der Review Hört Unsere Zuschauer Und Zuhörer Natürlich auch Leute Wenn ihr Bock habt Könnt ihr auch gerne mal Eure Raw Highlights Einfach unten in die Kommentare Schreiben aus diesen 25 Jahren Was hat euch Bei der Roten Show Am besten gefallen 25 Years Raw 25 ist durch Wir haben es besprochen Und unsere Highlights Hinterher Ich habe natürlich noch vergessen Noch einen Ich habe natürlich noch vergessen Hier damals Als der Boogeyman Aufgetaucht ist Okay Ja das war großartig Ne das denke ich mir aber Ganz Genau Oder Schack war es Aber auch genial Damals Das ist ein Trauma Auf jeden Fall Okay Man also es gab auch schon Wir sollten vielleicht auch mal So eine Liste Von Momenten machen Die trashigsten Segmente Die einfach absolut Grauenhaft waren Weil davon gab es auch Mark Henry Überfährt als Leiners Mann Ähm Wer war es noch Mal dem War verandert Ich weiß es nicht Mark Henry Und Mae Young Ja Ja Da gab es schon Einiges Interessantes Na gut Aber Oder Oh was war das Summer Ray Und Lana Und Dorf Ziggler Und Rusev Diese Love Story 2015 Boah war das grausam Also da gab es einiges An Trash Ähm Ja Aber darüber Dann vielleicht ein anderes Mal Jobber Verabschiede dich Ja Jungs Es tut mir Wirklich Leid Ich habe wirklich Versucht Positiv In diese Show Rein zu gehen Und ich habe auch Wirklich gesagt Björn Come on Blend heute einfach mal Einiges aus Und Auch in der Review Versucht einfach mal Positiv da reinzugucken Und so Blieb mir jetzt einfach Nicht am Übrigen Hätte ich euch jetzt quasi Die letzten anderthalb Stunden Anlügen müssen Das mache ich nicht Ich halt so Ihr wisst ja Wie ich dann bin Dann kommt es auch einfach Aus mir heraus Und Ja Im Endeffekt war es dann halt Wirklich eine große Enttäuschung Aber Naja Man muss ja auch mal ganz klar sagen Die schönsten Momente Sind die Die unerwartet kommen Und von daher Warten wir auf eine Unerwartet gute Show Die uns hoffentlich Irgendwann bald Ähm Ja Über den Weg laufen wird Hoffe ich zumindest noch Ansonsten Heißt es nur Ähm Haut eure Meinung in die Kommentare Ich bin wirklich sehr gespannt Wie ihr die Show gefunden habt Ähm Und Wenn ihr Eure Meinung unterschreibt So ein ganz kleiner Hinweis Was mich einfach interessieren würde Zu der Meinung dazu Einfach nur so Einfach mal aus Alter schreiben Und wie lange ihr schon Wrestling guckt Weil ich würde euch mal gerne interessieren Ob das nur ich so verbittert sehe Der schon so lange Wrestling guckt Während ja Yolatan Der jetzt Relativ gut mit der Show Seit 2016 bin ich dabei Relativ gut mit der Show noch umgegangen ist Jetzt halt Äh Noch nicht so lange dabei ist In Anführungszeichen Ähm Würde ich gerne mal wissen So Schreibt es einfach mal drunter Interessiert mich echt Und ansonsten wünsche ich euch einfach nur Einen schönen Tag Und dann hören wir uns ja Schon morgen wieder So Leute Das war's von uns Dankeschön Das war eine spaßige Review Ähm Morgen gibt's natürlich die Smackdown Review Ihr seid dabei Und generell Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt Auf Patreon.com Slash Perkix Habt ihr die Möglichkeit Habt ihr die Möglichkeit dazu Infos dazu In der Videobeschreibung Und da gibt's auch Äh Die Doku-Folgen von Kampfkunst Racing in Deutschland Meine aktuellen Doku-Serie For free Beziehungsweise nicht for free Aber auf jeden Fall Früher Und äh Auch die Uncut-Interviews Die sonst nirgends veröffentlicht werden Äh Zu sehen Wenn ihr da supporten wollt Dann habt ihr dazu die Möglichkeit Ansonsten hören wir uns morgen auf YouTube Bis zum nächsten Mal Und Ciao Bis zum nächsten Mal